Brennt euch euer Alkoholkonsum Löcher in die Taschen? Bier hat doch nur vier Zutaten, kann doch eigentlich nicht so teuer und schwer sein, es selbst zu machen. Wenn du deine Experimentenplöre selbst trinken willst, steht dir nichts im Wege. Wenn du sie aber verkaufen willst, brauchst du eine Ausbildung. Die Ausbildung als Brauer und Melzer dauert drei Jahre und erlaubt es dir, deinem Traum als Bierverkäufer nachzugehen. Wenn du mehr über die Ausbildung erfahren willst, check unser neuestes Video ab. Und wenn ihr wisst, was die vier Zutaten von Bier sind, schreibt es in die Kommentare. Dafür kriegt ihr einen Kuss auf Nacken.